Team Sonic Racing Sand Road ist die nächste Strecke und da wieder mal Tails, was denn sonst ich glaube wir könnten eigentlich auch ich glaube seine Fähigkeiten verbessern nach und nach oder trainieren kein Treffer hier der nächste Adler hier in der Luft erwischt überholt überholt na, 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 na man muss noch nicht entschuldigen hier das ist ein Rennen da geht es um alles wieder ein Salto so 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 vierter na, 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 na die dritte.er sogar schon jetzt schon zweiter hier letzte Runde wow lieber nicht naja einen guten vorsprung jetzt das war keine gute landung hier also schnell kann es gehen hier sechster platz hier was hat das denn wow was das denn für raupen ah komm schon jawoll jawoll das sollen wir doch sehen hier ja weiter geht's mal weiter und dann werden wir auch mal eine stufe höher gehen wenn es um schwierigkeit geht hier aber vorher machen wir mal diese ganzen runden also von rechts nach links die ganzen länder rein und dann können wir noch mal neues level starten 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein, das müssen wir doch sehen, Mensch. Nein, nein, nein. Au, ich bin schon vierter hier, dritter. Nee, da nicht. Den überhören wir hier. Boah. Boah, das meinte ich schon wieder, ey. Das, ja, komm. Ja, uns sind die ganzen Ringe eigentlich egal. So. Wir müssen ein bisschen zulegen hier. Nicht gegenfahren. So kommt man ja noch nicht weiter hier. Ja. Boah, schon wieder, mein Gott. Ja, komm. Hm. Ey. Nee, das war einfach nicht unsere Strecke hier. Neunter noch. Ja, nee. Das ist ein Flop hier. Das ist ein Flop. Was zum Vergessen. Einfach zum Vergessen. So, jetzt machen wir nochmal das Rennen. Und dann denke ich mal, wir machen nochmal einmal Zeit fahren. Das ist ein Flop. Clubwalk. Pyramid. Musik 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 Sie ziehen uns nicht hier selber ab hier. Nee, 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 nee. Was war das denn hier? Fährt der denn jetzt hier? Halt's Maul! Nein, 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 nein. Das Wasser ist nicht unser Freund. Mach doch bitte Platz. Nein, 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 nein. Oh, Glück gehabt. Oh, zack. Oh, erste Runde, erster Platz. Da haben wir Mr. Eggman oder Dr. Eggman. Ich bin noch überholt. Oh, nicht getroffen hier. Jetzt zieht auch wieder sowas von weg hier. Oh. Ah, wir waren kurz erster hier. Ja, fahr schön ins Wasser hier. Und schon wieder erster hier. Komm, wir müssen noch einmal durchziehen hier. Und dann haben wir's. Ah. Das ist mir teils von weg oder wie ist das? Zabok. Zabok Nee Haben wir ihn getroffen? Ah, ich kann schon was sehen hier Und schon dritter Nein, kein Laser bitte Das muss nicht sein Komm schon, wir haben es vielleicht Oh nein Ja, komm, zieh Ja Jede Runde, erster Platz So, es ist doch schön Das hat Bock gemacht Das hat echt Bock gemacht So, dieses Level haben wir auch durch Das machen wir in der nächsten Folge Casinopark Aber jetzt machen wir mal Zeitrennen Wir wollen ja mal ganz langsam anfangen hier Außen Außen Bio Hatten wir Das hatten wir auch schon Ah, machen wir mal das mal Die machen wir auf Bronze Wir wollen noch kein hohes Niveau machen hier Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Geiles Intro Nun geht's los Perfekter Start Jo, so läuft es So läuft es Ich denke mal Bronze ist natürlich machbar Das ist schon wohl machbar Ja, das ist weg hier Das war nix Das war nix Ja, persönlicher Rekord Das kann man sich verkaufen Immer und viel später auf Noch sind wir gut Das zu halten Oh, das ist jetzt noch ein Bounce Woah Zack Jawohl Das kann man knicken Das kann man noch knicken jetzt Das können wir knicken Wie fähr ich fahr Wie fahr ich denn Ja, das muss ich mal außenrum hier Das wäre auch natürlich nicht schlecht Fahne mal geradeaus Keine Chance hier Ja, dann geht auch noch der Gas weg Ja, wir fahren einfach mal so Ja, jetzt noch mal Konzentration Das sind vier, oder? Nee, das sind wir nicht Aber wir sind noch leicht vorne Da fliegt er So, ich muss mir glaube ich zulegen hier Ah, Mensch Nochmal Bestzeit So, letzte Runde hier War nicht gut Aber noch nichts passiert Das ist so knapp So knapp Jetzt Ah, Mensch Mann, 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 Mann Ah, ja Das war knapp Ja, auf jeden Fall haben wir die Bronze-Medaille geknackt Oh, die selber nur auch fast Das war ja auf jeden Fall knapp So, Leute Das war's mit dieser Folge Dranbleiben Es geht weiter In der nächsten Folge Bis dann chez calmer Anyone Es geht Check You